Das ist echt voll und fett der Zug dauerhaft. Keine Ahnung. 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 Woher geht der los? Ähm. Ich mache mich nachher fertig. Ich mache mir erst um so um 05. 6. Okay. Also sie kommt hier reingeschiefelt. Was ist hier fertig? Ah. Boah, Feuer nicht. Okay. Boah, ihr seht nicht. Weiß doch, dass ich aufnehmen bin. Aufnehmen. 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 In dieser Zeit. Aufnehmen. Aufnehmen. Die können sich ja nur so nerven. Dann müssen wir gleich auch so nen Dwar-Controller noch bauen hier hinten. Kann sein, ja. Ja, ich glaub machen wir auch so einen. Find ich da, ja. Ne, das nicht, aber ich meine... ...dass ich auch noch irgendeinen hatte. Okay. Die Frage ist nur wo und war. Wo ist ab. Wo und war und fing er nicht ab. Oh, Fick, dick, du Slime. Eigentlich haben wir hier schon so ne Monster-Farm und Monster-Fall unten. Ja auch. XP-Farm. Stimmschlamm-Farm. Mhm. Für die XP-Farm. Ah. Ich weiß auch noch was fehlt, ein Chunk-Loader. Ja. Nääää. Kacka. Näääääääääääaaaaaa. Bei mir hat man noch irgendwo eine Enderperl haben. Ich glaub ein Chunk-Leader kostst, kostet ne Enderperle? Ja. Fuck. 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 Jetzt brauchst du diese Wichs Enderperlen. Du bist kacka, ja? große kacka Du bist kacka, ja? große kacka Du kacka rein Du kacka rein Du kacka rein Oh Schau mal da ist jetzt mal mit Schau da Hier im Buch Hm? Hm, was? Was hab ich verpasst? Du stinkst Geil Geil Was soll ich denn jetzt erzählen? Nee, stimmt nicht Deswegen sagen du lügst Das ist echt geil Achso Wald, hab ich gesehen, Obsidian Bei Deyas Deyas Ding, ding, ding Krieg ich jetzt noch einen fixen Buch? Ja Nix Da 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 Ein Das Ding Kann ich schlafen? Ja geil! Ja geil! Die Hölle einmal? Hölle, Hölle, Hölle! Hölle! Wir sind ja noch Clims, Clims ey! Clims! Fick doch! ZOMBIE! 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 Yay! Angriff der Slimes! 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 Wir fahren mit den Slimes! Ganz viele Slimers! Was bräuchte man eigentlich so ne Textur für? Slime von den Dosbusters Das ist wie ganz viele Slime Hey ich bin Level 30 Hey, gleich nach oben gehen im Buch verzaubert Mache ich aber gleich Und das ist nur durch Slimes Da ist ja ein Spieler ein großer gespawnt Oh Gott ey Meine Fresse Das wäre so die geile Slime-Farm Ist es auch Oder einfach die ganze Farm dafür Was ist das denn? Hm Hm Drei Drecksvieh Vor allem durch das Kämpfen verlierst du doch soviel an Hunger ne? Hm Hm Hey und man braucht eigentlich mal auch Clown-Fisch Weißt du bist ein Clown-Fisch? Ich hab grad Clown-Fisch Ich bin grad gucken Dass ich mir nochmal diese Fischfallen hier auch stelle Und die vielleicht automatisiere etwas Ja Du hast ja glaube ich nichts Hm Und ich suche mir einfach ein schönes Rezept Wo ich nicht viel Material baue oder so Mach du mal Weil Chili ist schön und gut Aber Ich sitze zwei da hast du Hast ja noch vier mit Tja Fucker Passiert ne Hm Von dem die sind so scheiße stackbar das ganze Essen Och man Ich will nach oben und nicht kämpfen Für Viecher Aber sonst verrecke ich nämlich gleich Hm Es ist halt nur dass du durch den Großen scheiß Viecher Schaden nimmst die ganze Zeit Ja ja Do 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 Bei mir易h.... Habe ich ganz ernsthaft, wer von uns den Schaden hat Du Recational Na einmal hast du mein Schnuller Sklavlich Ist richtig terrifying傾グat im Kopf Das bist du sowieso Ich bin voll der lustige Mensch Oder willst du noch an der Brust nuckeln? Nein, ich will mein Fläschchen Das ist doch ein Fläschchen, die Brust Da sagt er gar nichts Nein, Mann, ich kann nicht schlagen Ben of Anthropos, leck mich Leck mich Leck mich an den Sack Sollen das hier Ich lass den Chunk extra in der Hölle laden, ne? Das geht nicht Müsst du doch Oh, der kackt denn hier Du bist kacke, ja, das stimmt Wer sind wir denn hier, hä? Ha, 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 ha Einfach Master Chunks laden hier, fertig Mach das Natürlich Ich spring da runter, wäre es im Wasser ein mittleres Stein Ja, der hätte dich jetzt töten müssen Es hätte Glitch sein müssen Der hätte hochspringen müssen Dadurch dich töten müssen, weil du auf den Freinflug auf den gefallen müsst Ja, ich auch Spacken, ey Was slain by a slime Jo Hm, du mir auch Was ist denn irgendwas falsch gewesen? Wirklich Da, sagt man doch nicht Zu dir, ja Ich find das nicht nett von dir Ich, ja Ich find's immer nett Ja, nicht Ja, nicht Doch Ja, nicht Doch Nein Doch Nee Gar nichts Hm Hm Toll Na, passiert Was geht ab? Nix Na, aber fließ Fließ und genieß Oh, ich weiß Oh, ich weiß Richtig weiß Richtig weiß Irgendwie passt das mit den Chunks hier nicht, ey Nein Warum nicht? Weil du scheiße bist, ne? Dann kannst du, anscheinend kannst du den Chunk nicht loaden in der Hölle, weil du nicht da bist Beziehungsweise das hat der Lava rauspumpt Ohhhh Halt die Frau schon Mach mich schon wieder traurig Heul noch Ja, dann heul noch Ja, dann heul noch Ja, dann heul noch Na ja Wo ist denn damit? Spocken Heul jetzt einfach Spocken Weeeh Autsch Weeeh Mhm, das tun wir hier auch Hast du schon der Buch verzaubert? Ja Hab ich doch gesagt Was kam? Ben of an Topo Kampfgeld Ja, das ging spinn, ne? Ja Der Mist ging spinn Hast du doch gesagt, warum? Hast du doch gesagt, warum sagst du das denn nochmal? Halt die Fresse Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Mit mir ist gar nichts falsch Du Judas Hoffnung Ja, ich sollte ja erstmal Vielleicht Pipe Sounder basteln, ne? Ende Ja 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 Da 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 Ja Ja Du Ja Ja Dann